Hier ist Florian von Flavis Adventures Kanal. Genau, ich befinde mich jetzt hier an so einer Küstenweg. Ich weiß nicht was das hier ist. Keine Ahnung, da ist irgendwelche Verbotszeichen dran, aber man kann hier reingehen. Und laut Google Maps kann man ja angeblich lang joggen. Das werde ich jetzt auch gleich mal machen. Ich habe Sonnencreme vergessen. Meine armen Ohren. Genau, ich jogge jetzt hier gleich mal entlang und dann lasse die Drohne daneben dran fliegen und hier vorne ist gleich der Atlantische Ozean. Ich zeige es euch mal. Die Luftqualität ist hier nicht wirklich atemberaubend. Hier stinkt es immer voll nach Dings da, weil hier oben gleich eine Raffineriefabrik ist. Genau, Raffinerie. Da wird ein Benzin und so hergestellt. Guckt euch mal an. Weißt da vorne die Luft ein bisschen besser. Lass die Drohne stärken. Lass mal gucken was hier abgeht. noch mal. So, Wirklich. So, wir haben jetzt einen Raffinerie. So, wir fahren einfach mal auf dem Einfluss. So, wir sehen uns doch bitte. So, wir sehen uns doch gar nicht. Musik 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 So, bin ich zurück vom Ausflug, frisch geduscht nach dem Joggenabenteuer, genau, ich hoffe ihr hättet genauso einen schönen Ausflug gehabt wie ich, mit dem kurzen Ausflug hier, mal gucken was noch alles hier noch sich ergibt, genau, vergiss dich ein Like und ein Abo da zu lassen, auf meinen Kanal und wir sehen uns, bis zum nächsten Abend, euer Florian